joy meine aufnahme ist die gestartet? meine läuft? so mein läuft jetzt auch. so wo sind wir hier? unter die erde. unter die erde. wo haben wir es denn raus gebaut? hier haben wir ganz lang gebaut. jetzt nach rechts. nach rechts? ich hab diasymorien. sind wir auf richtigen höhe? kannst du mal gucken? höhe. krass. wo stehen eigentlich unsere? habe ich alles abgebaut. kannst du hier mal die wegbank aufbauen? ja kann ich. öfen habe ich. öfen. ich habe einen ofen in der tasche. legasthenie für amtländer. öfen. öfen. so was sind die eisen da? erstmal ein bisschen eisen durch. ich habe hier alle. schön kniechen, ne? ja. weil hier über uns sind glaube ich welche. das kann durchaus sein. so. da oben ist irgendwas habe ich das gefühl. ok. fleisch habe ich noch. hunger habe ich eh nicht. also ich sehe keine namen. hauptsache die aufnahme ist jetzt bald gelaufen ey. also bei mir läuft die aufnahme. zwei minuten schon. ja bei mir hat sie diesmal nicht reagiert. das ist das komische. was soll ich noch holz? oh ne ich hab sogar holz. ich hab genug holz. ich hab genug fodder. ich hab alles für uns. top. der alte mann hat alles. außer ein leben. so. das haben wir. und weiterfahren. ok. ich brauche mich mal instant hier rein. so. cobblestone. broden. cobblestone. broden. jetzt heute nochmal vier dias. dann wäre ich glücklich. wieso nur vier? 40. 40 wären wir bestimmt nicht hin. aber vier stück wären schon akzeptabel. zehn stück wären cool. nur damit wir die ja schwer da haben oder wat? nö. allgemein einfach nur für rüstung. erstmal aber. eisen ist auch schon mal gut. ey ich hab kein glück heute mit dem laden. ich hab eisen gefunden. oh gold. ich muss nur drüber sprechen. dann hast du wieder glück. oh dias. echt? das wär zu geil, oder? ja ist dias. echt? ohne scheiß. wie viele? eins. eins. zwei. drei. drei. so jetzt werde ich noch ein paar dias finden. hoffentlich. ok jetzt liege ich. da kommen noch mehr Leute auf den server. oh der ist server betreten und darf mich angreifen. wenn der bei uns in der nähe ist, dann werde ich böse. der ist nicht von uns in der nähe. ne? nein. ich habe dias gefunden. ja? ja. aber ich weiß noch nicht wie viele. äh, kriechen, 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 kriechen. ja, ich krieche die ganze zeit. sneaken, sneaken heißt es ja. sneaks, sneaks, sneaks. du kannst übrigens auch ein sneaker springen, ne? sieben? ja, mache ich gerade. acht. also ich habe jetzt zehn dias. ich kann nicht ins inventar gucken, weil dann werde ich das sehen. kriegst du? ich kriege ich. ich sneaker nicht unterbrochen. nee, dann ist irgendjemand auf unserer höhe. also ich bin nur mit sneaken los. hast du gerade einmal kurz ins inventar geguckt? kann sein, dass ich gerade sneaken losgelassen habe kurz. ich buddle mich einfach instant gerade aus. sehr schlau. vielleicht finde ich da noch ein paar dias. facken muss ich mir gleich noch ein paar machen. wieso kommen die heute erst so spät drauf alle, ey? keine ahne. vielleicht haben die gewartet, dass wir sollen. du hast ja nen chat geschrieben, ne? nö, hab ich vergessen. dann hol das mal ganz schnell nach. ja, ich schreibe gleich Nachträge drauf. oh, funny freak, das sind die Assis, die uns beim ersten mal getötet haben. ja? ja. das geschmische voll die auch alles werden. ja, natürlich. müssen wir erstmal den folgen von denen ankommen. also ich glaube hier neben uns ist irgendwo ne höhle. ich hör wieder zombies. hier ist cold. toll, brauchen wir nur noch Äpfel. ja, ich glaube hier oben könnte ne höhle sein. lieber zu machen. schneller hier machen. das sehe ich ja gar nichts. oh lapis. ich finde noch nicht mal Eisen, Leute. warum? ich habe schon alles noch geschafft. da ist Eisen. du siehst, du musst immer nur darüber reden als erstes, ne? als nächstes hätte ich gerne dir. Dias. ich hätte auch gerne Dias. ich weiß gar nicht wie viel ich jetzt habe. guck dich zwischendurch immer mal ein bisschen um. ob irgendwo jemand kommt. der ist hier kein Name. das war gerade purer Zufall, dass ich auf Dias gestoßen bin, glaube ich. ich glaube auch. das ist ein bisschen Müll hier aus dem Metall rauswerfen. mein ganzes Metall ist voll Gemüll. ja. ich glaube ich habe das das erste mal gegessen seitdem wir unter der Erde sind. da ist ein Eisen. da ist ein Eisen. da ist ein Eis. da ist ein Eis. da ist ein Eis. wie kann man nur so unkoordiniert durch den Keller graben, ey. 1, 2, 3 Ja super, dann welchen Gang sind jetzt unsere Sachen? ja. hier ist der Ofen. perfekt. So, also müsst ihr hier um die Ecke... Jawoll, da ist es. Zack. Und wie heißt die da mit mir? Wir müssen ja quatschen und die wird zwar langweilig laufen, oder? Oh ja, ich habe lange gearbeitet. Ich kann nicht so viel quatschen. Das ist Lara. Langweilig, ich hab's da dann. Ja Leute, ich hoffe, dass wir jetzt Dias finden. Ihr müsst die Daumen drüben. Aber das ist sowieso immer langweilige Folgen, wo man nur am Farmen ist. Echt mal, ey. Warum farmen wir überhaupt? Gehen wir jetzt gleich in Kampf, machen wir alle platt. Jetzt sollen wir jetzt gleich ohne Scheiß über die Erde? Nee. Und uns da ausloggen? Ich bin doch nicht bescheuert. Warum? Dann können wir ja sehen, ob irgendjemand kommt. Komm bestimmt immer. Ich würde eine Höhle oder sowas gerne finden. Eine Höhle? Ja. Ja, du musst zu mir kommen. Hier irgendwo ist eine Höhle bei mir in der Nähe. Hier ist das Gold, was ich gebrochen habe. Und das ist ein Höhle bei mir. Oh, Laphis. Laphis nicht mit. Herpes? Herpes Lazumi? Ja, Herpes Lazumi. Das haben wir mal gemacht, ey. Haben wir Minecraft gespielt. Und da hat sich einer versprochen, seitdem heißt es Herpes Lazumi. Okay. Ja, bis jetzt. Boah, hier ist es wirklich viel Eisen überall. Ich fände gerade nicht die Pfeffersteine. Das kann schon so vorhanden, ich will lieber Tiers finden. Boah, hier ist es auch gut. Vielleicht können wir ja doch schon unseren Anbaus heute machen. Dann müssen wir das einfach mal durchfragen. Gib mal einen Tee. Ich bin beim Braten. Ich brauche Tee. Hier haben wir vier Minuten. Okay, dann schmeiße ich das schon mal wieder schnell in den Ofen rein. Dann kann ich nächste Folge schon gleich mit Anbaus bauen. Ja. Ich verwirre hier alle mit meinem Baustil. Wollt's für mich es sonder. Drei Minuten werden wir gekickt. Ich will nicht gekickt werden. Das tut immer so weh. Dann machen wir diese Folge erst noch. Diese Seite hier fertig und nächste Folge. Hier gelandet. Dein Grabsystem ist scheiße. Wo bist du? End sneak mal. Ich sneak gar nicht. Oh, hier sind meine Öfen. Gold. Wenn du bei den Öfen weiterläufst, dann kommst du gleich zu mir. Einen Ernst. Cobblestone. Ich habe als Wegpunkt einen Ofen gesetzt. Ich habe sieben Dias. Top, also haben wir insgesamt 17 Stück. Leck mich am Arsch. Habe ich jetzt überall das Gold liegen lassen? Warte, sind wir Tage voll? Hahahaha. 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 Das ist teure Folge. Hahahaha. 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 Yuna. Ne, Yuno. Niyoko. So. Also ich höre ich extrem laut Lava. Ich höre extrem laut Zombie. Okay, das ist bestimmt genau wie bei uns. Das ist bestimmt eine Höhle. Aber diese Folge werde ich nicht mehr nach oben buddeln. Ich höre auch Wasser. Ups. Ich höre ganz laut Wasser. Ich habe einen Ofen gefunden. Wo sind die anderen? Ich habe meine Öfen verloren. Warte, ich zeig dir den Öfen. So. Die nächste Abbiegung längs. Längs, längs. Hier rein. So. Ach, da hast du gegraben. Okay. Da sind deine Öfen. So, ich muss jetzt erstmal die Scheiße hier loswerden. So, wir haben jetzt 42 Eisen. Schon fertig gewurzelt. Gucken. Wie viele Blöcke können wir uns denn draus machen? Ja. Wir müssen die abbauen. Ja, boll ich schon mal ab. Ich baue schon mal die drei Blöcke fertig. So. Da habe ich drei Blöcke. Crafting Bank abbauen. Scheiße. Warte, ich muss eben schnell. So. Kannst du wieder abbauen? Oh nein, scheiße, scheiße, scheiße. Vier Sekunden, drei Sekunden. Okay. Wir haben die Crafting Bank verbaut. Ich habe meinen Ofen dauer noch stehen. Ist egal. Ja, Leute, falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir und Red einen Daumen hoch da. Und vielleicht sogar noch ein Abo da. Und schaltet zur nächsten Folge ein. Werden wir uns wieder wie die Appen durch die Tunnel bundeln und nach oben. Aber dann vielleicht zu dritt. Gespoilert. So. Schönen Abend wünsche ich euch. Und tschau. Jetzt zwei Jepe. One of the cool folks. ino. Ja, man. Komischer Strasburg. Tsch ¡Oh ja, man! illustrate, das was子. Untertitelung des ZDF, 2020